Hallo Leute, das kommt zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ihr seht sind wir in StumbleGuys und wir kriegen schon wieder kostenlose Preise. Die gönnen wir uns am Anfang. Immer kostenlos drehen. Können wir hier noch was nehmen? Also einmal kostenlos, bitte. Mal gucken, was man kommt, meine Damen und Herren. Kriegen wir was richtig Gutes? Und es wird immer noch spannender. Kriegen wir was richtig Gutes? Bitte, Legende. Bitte, bitte. Nein! Fünf Jubeln. Okay, naja. 22 Stunden, muss man mal warten. Dann können wir wieder. Und ich würde einfach sagen, spielen wir direkt an der Runde. Tiele Fall. Tissot. Da. Ich würde jetzt mal warten, was unsere Kollegen hier so rausfinden. Wie es ganz gut aussieht. Hello? Ey, wer wirft mich hier runter? Oh Gott, ey. Schauen wir nicht mehr. Obwohl. Das kriegen wir hin. Ja, wuhu. Qualifiziert. Ja, wuhu. Also ich sing nochmal den besten Song des Jahres. Qualifiziert. Nächste Runde. Bester Song des Jahres, wirklich. Ein Applaus, bitte. Dankeschön. So, nächste Runde, was kriegen wir? Lass dein Like da. Und ein Abo. Und das Boat Bash. Okay, so ein bisschen. Okay. Weiter weg vom, ähm, Strahl. Oh, wir sind. Hä? Warte. Ach Gott. Jetzt kommt noch das Finale. Ich dachte schon, wir dürfen uns nicht da hinbewegen, aber gut. Komm mir aus. Nächste Runde. Okay. 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 Die zwei sind schon idiotisch. Wir hätten gewinnen können, Mann. Es gibt's doch nicht, ne? Verlassen. Ich hab keinen Bock, den in den Winter zu sehen. Wir sind so weit gekommen, aber ich würd sagen, das war's schon wieder. Wenn's euch fein hat, lass ein Like und ein Abo da. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.